nicht mehr laufen, das ist ärgerlich. So, laufen, komm mal wieder, hey. Ja, wo ist er denn? Wär jetzt auch nicht so schlimm, aber... Ja, wär schon cool. Ja. Ja. Das ist mein Juch. Das ist er doch. Doch, das ist er. Ich vertraue mir. Ja. Ja. Wartet der hier? Du beschützt unsere Sache nicht. Will meine Sachen wieder haben. Die sind hier sogar... Noch. Schon wieder fast so reingefallen. Ja. Was ist das für ein Geräusch? Leute, schreibt es mal in die Kommentare, weil ich weiß es auch nicht so wirklich. Und was soll das hier? Mit Lava, die irgendwie nicht leuchtet. Ah, jetzt. Okay, war nur ein Bug. Äh... Ist das hier irgendwie eine... Dschungelspalte? Oder sowas hier? Oder ist das hier der Übergang von der alten zu neuen Welt? Oh, ich weiß es nicht. Oh, ich hab hier, glaub ich, schon mal alles wieder. Ah, nee. Spitzerin nicht. Äh, achs nicht. Ja. Oh, ich mach nochmal so und... So? ja und Steine habe ich auch nicht da kann ich in dieser Nacht immer Steine fahren vorher mal hier essen wenn ich sterbe wenn es nicht geht nehmen wir mal die Erde und dann ja mal wieder zack t mich jetzt hier mal eine Steinformel ja fallen nicht runter ok worüber kann ich reden ähm ich hab gemerkt dass ich wirklich so langweilig in den Parts werde ich hab jetzt gerade ich weiß nicht ob ich das jetzt gerade besser mache könnt ihr auch mal schreien es liegt daran dass ich meistens so wie jetzt gerade auch es ist jetzt äh bitte es ist es ist jetzt um was mit 0 Uhr ich kann gar nicht gucken ich hab das Gleis gesucht das ist die automatischen unten so ja und ähm ja ab jetzt werde ich auch vielleicht öfter Nacht das aufnimmt wenn mal ja wenn ich mal so na keine Ahnung wenn ich Bock zu zocken habe und dann wird es auch besser und das jetzt habe ich heute noch nicht so morgen werde ich das bestellen ich hab schon geschrieben dass ich heute bestellte aber stimmen leider nicht weil es ein Problem gab morgen also heute am zweiten und da machen wir mal den Gravel weg und äh hoffen dass wir vielleicht keine Ahnung helfen bei mir nein brauchen wir gar nicht so und da würde ich mal ich weiß nicht ob es Tag oder Nacht ist das ist das ist schon okay hier ist es noch nacht allerdings soll mich das nicht stören und nehme ich mal die Kohle hier noch mit da haben wir ja jetzt nicht viel von kann man jetzt auch ganz einfach mal machen was wir im Dschungel Biom machen wollen na erstmal die Süße und danach mal gucken vielleicht noch ein Riesenbaum ein Riesen-Riesenbaum aus Gibt es eigentlich auch Schüsse die auf den Zerbauer ich glaube schon okay sterben Bitch nicht so nix so ähm ja scharf scharf habe ich Schere mit Nein, aber ich kann mir eben eine machen. Was haben wir denn? Vielleicht möchte ich die Platte noch mal auswundern. Ah, nee. Das ist aber vielleicht so so. Dass man für unten holst. Irgendwie eine Rolle oder? Ja, genau. Machen wir? Ja. Da. Es. Bevor du runterfällst. Okay, jetzt gibt es nichts. Das war zu hart für mich. Das ist zu viel. Oh, nein. Nein. Hunger essen. Warum? Warum? Kann ich? Das sieht geil aus. Leute, den wollen wir oder den? Ich würde... Ja, doch, der ist cool. Nämlich den. Oh, der ist ein Tata. Ja, und dann müssen wir uns jetzt von hier aus... Ja. Fünf. Ja, wie mache ich das jetzt? Muss haben. Aua. Da können wir dann jetzt auch hier hoch... So. Na, welcher ist da? Oh. So. So. Sauber, Leute! Oh. So. Oh. Wahld. Oh. Forget die. 10. 11. 16. 16. 22. 22. 22. 23. 23. 24. Ja. In Man auch ein bisschen Schreibt es wohl. Ja doch, ich glaube, das wäre zu. Und hier werde ich jetzt die Ziffer rein. Das wäre schön übertrieben. Steht euch mal vor. Da bin ich so einfach. Ein Ruckab. Ein Ruckab. Ein Ruckab. Das ist bestimmt. Das heißt jetzt. Die Ziffern. Stimmt nicht. Wie ist das? Ja. Die Ziffern. 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 Zack, 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 zack. Hier ist dann noch ein bisschen ... ... hier oben noch ein bisschen ... ... da ist noch ein bisschen ... ... also bis zum nächsten Mal ... Tschüss ...